Das Ziel buddhistischer Psychologie ist es, uns zu einem klaren Blick zu verhelfen. Wenn wir uns in den Schleiern der Täuschung verfangen, können wir häufig nicht einmal das klar erkennen, was auf der Hand liegt. Arantz Shah beschrieb diesen Zustand so. Es ist, als ritten wir auf einem Pferd und fragten uns, wo das Pferd ist. Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, die wir der modernen Psychologie verdanken, ist, wie falsch wir doch mit unserer normalen Wahrnehmung häufig liegen. Häufig sehen wir nur, was wir unbedingt glauben wollen. Die Unwissenheit oder getäuschte Sicht liegt allen anderen unheilsamen Geisteszuständen zugrunde. Anhaftung und Begehrlichkeit entstehen aus der Illusion des Mangels, aus der Unfähigkeit, die eigene Ganzheit und die Fülle des Lebens zu erkennen. Abneigung und Hass hingegen gehen auf die fehlgeleitete Suche nach Sicherheit zurück, auf die fälschliche Annahme, dass Hass unser Leben sicherer macht. Die Wurzel der Unwissenheit aber ist die Illusion, wir seien dieses begrenzte Selbst, als das wir uns ständig wahrnehmen. Unwissenheit begreift die Welt nicht und vergisst, wer wir wirklich sind. Sie liegt allen unheilsamen Geisteszuständen zugrunde. Befreien Sie sich von der Unwissenheit und sehen Sie sie mit Weisheit. Die buddhistische Psychologie kennt drei Ebenen der Unwissenheit im Leben. Die erste davon ist einfach ein Mangel an Aufmerksamkeit. Man könnte diese Ebene auch die Unwissenheit der Vergesslichkeit nennen. Diese stellt sich dann ein, wenn wir nicht wissen, was vor sich geht, wenn wir in Gedanken versunken sind, als lägen wir im Halbschlaf. Wenn uns diese Form der Unwissenheit beherrscht, läuft unser Leben gleichsam auf Autopilot. Wir gehen die Straße hinunter und kommen wieder nach Hause, ohne überhaupt zu merken, wo wir sind und was gerade passiert. An einem stürmischen Tag bemerken wir die jagenden Wolken nicht. Die Regentropfen spritzen zu unseren Füßen auf, die Fenster schimmern im Zwielicht, doch wir sehen es nicht. Ein sonniger Sommermorgen kündigt sich an, doch wir verpassen dieses sanfte Prickeln in der Luft. Wir kommen nach der Arbeit heim und sehen nicht, was in den Gesichtern unserer Lieben vor sich geht. Ganze Lebensabschnitte werden vom Schlund der Vergesslichkeit aufgesogen. Wir leben in einer kulturchronischer Unaufmerksamkeit, die vom hektischen Tempo des modernen Lebens noch gefördert wird. In Schule und Beruf werden wir zum Multitasking angehalten, zur gleichzeitigen Erledigung mehrerer Aufgaben. Und so wird unsere ohnehin schon zersplitterte Aufmerksamkeit flach und seicht. Rundum stürmen Reize auf uns ein, bis wir so überflutet sind, dass wir uns nur noch nach einer Art ruheloser Langeweile ergeben können, die nach Süchten förmlich schreit. Was im Rahmen der westlichen Psychologie als normal gilt, kann bedauerlicherweise auch nur heißen, dass wir ein bestimmtes Niveau von Täuschung verwirklicht haben. Dies kann auch der Fall sein, wenn wir äußerlich sehr erfolgreich wirken. Wir haben alles, was man mit Geld kaufen kann, doch im Innern mangelt es uns an Frieden. Die Übung der Achtsamkeit holt uns aus dieser Trance der Täuschung wieder heraus. Sie schubst uns aus dem Reich der Fantasie in die Wirklichkeit. Ohne Achtsamkeit strebt der getäuschte Geist gewohnheitsmäßig nach angenehmen Erfahrungen und lehnt unangenehme ab. Sehr schwer zu erkennen ist auch, dass die Unwissenheit jede Form neutraler Erfahrung ablehnt. Wenn uns etwas neutral erscheint, dann empfinden wir Langeweile und klinken uns aus der Erfahrung aus, weil wir kulturell so konditioniert sind, dass wir stets nach starken Reizen streben. Wir erkennen die Lebendigkeit in der neutralen Erfahrung nicht, die gleichwohl einen Großteil unseres Tagesablaufs bestimmt. Doch wenn unsere Aufmerksamkeit wächst, wird das, was uns neutral oder langweilig erschien, mit einem Mal spannend und vielgestaltig. Statt nun zu versuchen, Unwissenheit und Täuschung zu entgehen, sollten wir vielleicht unser Augenmerk erst einmal darauf richten, wie sie entstehen, wann wir also auf Automatik schalten. Wir können uns dem Mangel an Aufmerksamkeit voller Interesse zuwenden. Welche Bereiche in unserem Leben sind uns nicht oder kaum bewusst? Bald werden wir feststellen, dass Unwissenheit häufig mit dem Bedürfnis nach Ablenkung einhergeht, mit einer gewissen Hast und Sucht. Allein dadurch, dass wir der Täuschung unserer Aufmerksamkeit widmen, durchbrechen wir bereits unsere alten Gewohnheiten und tun einen weiteren Schritt Richtung Erwachen. Schläfrigkeit und Trägheit sind weitere Symptome, an denen wir die erste Ebene der Unwissenheit erkennen. Auf biologischer Ebene stellt sich Schläfrigkeit ein, wenn wir müde sind und Erholung brauchen. Manchmal fallen Menschen, die ins Retreat kommen, zunächst dankbar in Schlaf, sobald sie meditieren, weil sie so ungeheuer erschöpft sind. Sobald sich auch nur die kleinste Gelegenheit zur Ruhe bietet, nimmt der Körper diese dankbar an. Diese gesunde Schläfrigkeit ist eine natürliche Reaktion, die wir respektieren sollten. Manchmal aber sind Schläfrigkeit und Trägheit nur Spielarten der Illusion. Wie eine Opiumhöhle versprechen sie verführerisches Vergessen und lassen uns nicht sehen, was wir nicht sehen wollen. Wenn wir voller Unwissenheit sind, sind wir schnell damit bei der Hand, andere zu verurteilen. Wir sehen ihre innere Schönheit nicht. Auch ihr Schmerz bleibt uns verborgen, sodass wir nicht mit Mitgefühl darauf reagieren können. Aber wenn wir unaufmerksam sind, können wir die Mahlzeit vor uns nicht genießen. Wir sehen die Menschen nicht, die an uns vorüberziehen, die sich wandelnde Szenerie. Wir verschließen unser Herz vor der Welt. Die zweite Form der Unwissenheit und Täuschung geht tiefer als die erste. Es handelt sich um den Mechanismus des Verleugnens. Dieser wird dann aktiv, wenn wir nicht glauben wollen, was sich vor unseren Augen abspielt. Auf der persönlichen Ebene verschließen wir die Augen vielleicht vor Problemen im Beruf, Schwierigkeiten in der Ehe, Depressionen oder Süchten, so als würden all diese Probleme einfach verschwinden, wenn wir sie nicht zur Kenntnis nehmen. In dieser Stimmung fangen wir vielleicht eine Liebesaffäre an und glauben, die romantische Verblendung würde für immer und ewig andauern. Viele von uns lernen diesen Mechanismus schon frühzeitig. Familien, Geheimnisse beispielsweise, sollen wir nach Möglichkeit ignorieren. Meine Mutter etwa erfand die verschiedensten Ausflüchte für ihre ewigen blauen Flecken und lud nie Besucher ein, damit niemand merkte, wie mein Vater ausflippen konnte. Wenn wir angefangen haben, die Tatsachen vor uns selbst zu leugnen, können wir der Wahrheit nicht mehr ins Auge blicken. Ich erinnere mich an den Fall eines zwölfjährigen Mädchens, das an einer schweren Form von Krebs erkrankt war, deren Eltern ihr aber trotzdem schier zu Weihnachten kauften. Es ging dabei nicht darum, dass sie ihr Hoffnung geben wollten. Sie konnten es nur einfach nicht ertragen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass sie nach Jahren des gemeinsamen Skiurlaubs nun nie mehr Ski fahren würde. Doch diese Art der Verleugnung gibt es nicht nur auf individueller Ebene. Die buddhistische Psychologie unterstreicht, dass sich mit den Waffen der Unwissenheit und des Rassismus sowie dem geschickten Spiel mit der Angst ganze Völker in Aufruhr versetzen lassen. Werbung und Fernsehen sind durchaus dazu geeignet, Ängste zu schüren und politische bzw. wirtschaftliche Täuschungen aufzubauen. Die umfassendste Täuschung überhaupt nennen wir fehlerhafte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Diese Ebene ist am schwersten auszumachen, da hier die vielen Grundannahmen angesiedelt sind, an denen unser Herz hängt. Wir täuschen uns auf grundlegende Weise im Hinblick auf Glück, Dauerhaftigkeit und die Natur unseres eigenen Wesens. Nehmen wir nur einmal unsere Vorstellungen vom Glück. Uns allen ist klar, dass äußerer Komfort Vergnügen, Leichtigkeit, Sicherheit mit sich bringt. Wären diese Erfahrungen nicht angenehm, sagt der Buddha, würden wir uns erst gar nicht in sie verstricken. Wir genießen diese Formen des Glücks, doch bleiben sie letztlich unvollständig. Die Weisheit in uns weiß, dass sie keine dauerhafte Erfüllung bringen. Viele reiche und privilegierte Menschen erfahren unauflösbares, herzzerreißendes Leid, während viele arme Bauern erstaunlich glücklich sind. Unsere äußeren Umstände zu verändern, ist also nicht der Weg zu wahrem Glück. Dieses entsteht nur aus heilsamen Geisteszuständen, aus einem weisen und gütigen Herzen. Die zweite große Täuschung unserer fehlerhaften Sicht der Wirklichkeit ist die Illusion der Dauerhaftigkeit. Unser getäuschter Geist glaubt, an eine Erfahrung festhalten zu können. Dabei ist nichts im Leben wirklich fest und dauerhaft. Wo sind das letzte Jahr, der letzte Monat, der gestrige Tag? Vorüber. Die Illusion der Beständigkeit ist es, die uns an Gefühlen, Erfahrungen und Menschen festhalten lässt, als wären sie uns eigen. Wir kämpfen, um die Welt festzuhalten und doch vergehen die Tage wie eine Luftspiegelung, wie ein Traum. Weise zu leben ist nur dann möglich, wenn wir die Wahrheit der Unbeständigkeit akzeptieren. In Achernschaas Kloster waren Übungen zum Thema Vergänglichkeit und Tod wichtige Bestandteile der Ausbildung. Wir meditierten absichtlich über den Wandel anhand unserer Stimmungen, der Jahreszeiten, dem Kommen und Gehen der Besucher, dem Alter und der Bewegung unseres Atems. So lange, bis wir endlich sahen, dass das Leben ein unaufhaltsamer Fluss ist. Zen-Meister Shunryu Suzuki fasste die Lehre des Buddhismus in folgendem einfachen Satz zusammen. Nicht immer so. Wir glauben, dass unser Körper jung bleibt, unsere Kinder nicht erwachsen werden, unser Vermögen nie abnimmt, unsere Ehe unwandelbar glücklich bleibt. Doch Lob und Tadel, Gewinn und Verlust, Freude und Schmerz, Ruhm und üble Nachrede sind es, die den sich ständig wandelnden Teppich unseres Lebens weben. Um diese Illusion zu durchschneiden, meditierten wir in Achernschas Kloster über einen buddhistischen Text, der uns im Normalfall wohl erbleichen ließe. Hast du noch nie einen achtzig oder neunzig Jahre alten Mann oder eine solche Frau gesehen, alt, gebrechlich, mit zitternden Schritten, kaputten Zähnen, tiefen Falten und fleckiger Haut? Kam dir nie der Gedanke, dass dies auch dir geschehen wird? Hast du noch nie einen Mann oder eine Frau gesehen, die schwer krank sind, die aus dem Bett gehoben und wieder hineingelegt werden müssen? Ist dir noch nie der Gedanke gekommen, dass auch du eines Tages erkranken kannst? Hast du noch nie den Leichnam eines Mannes oder einer Frau gesehen, die vor ein oder zwei Tagen gestorben sind, angeschwollen, schwarz-blau angelaufen, nach Verwesung stinkend? Ist dir noch nie der Gedanke gekommen, dass du ebenfalls dem Tod unterworfen bist und ihm nicht entrinnen kannst? Diese Fragen sind auf erschreckende Weise direkt. Sie greifen die selbstzufriedene Haltung an, in der wir uns eingerichtet haben. Andererseits zeigen sie uns auch klar und deutlich, wie wir im Licht des Todes weise leben können. Unsere Illusionen über Glück und Beständigkeit wurzeln in der tiefgreifendsten Illusion von allen, dem Unwissen im Hinblick darauf, wer wir wirklich sind. Wenn wir unsere wahre Natur vergessen, begreifen wir uns als von allem getrennte Wesen. Wir verlieren uns in unserer kleinlichen Perspektive und gehen durchs Leben wie ein Pferd mit Scheuklappen. So wie wir an unserem Körper anhaften, so haften wir auch an unseren flüchtigen Gefühlen und Gedanken und halten sie für unsere grundlegende Identität. So wie die Meditation über Alter und Verfall unsere Körperwahrnehmung in Frage stellt, so unterminieren die buddhistischen Lehren auch alles Haften am Geist. Wie der Buddha sagt, dass das Selbst der Geist, die Geisteszustände oder das Geistbewusstsein sei, ist eine vollkommen unbegründete Behauptung. Für jene, denen es am grundlegenden Verständnis fehlt, wäre es besser, sie würden ihren aus einzelnen Elementen bestehenden Körper als selbst betrachten und nicht den Geist. Der Körper wandelt sich zwar, aber er hat zumindest über ein Jahr, ja, mehrere Jahre hinweg bestand. Das jedoch, was wir Geist nennen, die Gedanken- und Bewusstseinszustände entstehen unaufhörlich, Tag und Nacht und vergehen ebenso schnell wieder. Daher sollten wir körperliche Empfindungen, Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken oder Bewusstseinsphänomene, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, grobe oder feinstoffliche Natur, klar sehen, wie es die Weisheit gebietet. Dies ist nicht mein. Nein, ich bin nicht dies. Dies ist nicht mein Selbst. Aus unserer getäuschten Perspektive heraus verlieren wir den Blick für die Wirklichkeit. Wir haften an. Wir vergessen unsere grundsätzlich lichthafte Natur. Raum und Klarheit schaffen das Verständnis, dass wir alle am Leid des Lebens teilhaben, dass wir jedoch ebenso seine Schönheit und seine Wunder miteinander teilen. Daraus entsteht Mitgefühl. Wir hören auf, uns selbst und unsere Umwelt zu bewerten und zu verleugnen. Mitgefühl und Raum entstehen zusammen. Wenn sich die Unwissenheit verabschiedet, machen wir uns nicht mehr so viele Sorgen über uns selbst. Löst sich die Illusion eines getrennt existierenden Selbst auf, wird das Spiel des Lebens weniger persönlich, wird zum zeitlosen Tanz. Wenn sich diese Illusion auflöst, bricht sich ein unglaublich starkes Freiheitsgefühl in uns Bahn. In dieser zeitlosen Offenheit öffnet sich auch unser Herz. Thomas Merton berichtet, was ihm an einem gewöhnlichen Nachmittag geschah. In Louisville, Ecke 4th und Walnut Street, mitten in der Einkaufsmeile also, überkam mich plötzlich das Gefühl, dass ich all diese Menschen liebte, dass sie zu mir gehörten und ich zu ihnen, dass ich keinem fremd war, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Es war, als wäre ich aus einem Traum erwacht, in dem ich mich isoliert gesehen hatte, gefangen in einer falschen Selbstbezogenheit, Selbstbezogenheit, in einer ganz besonderen Welt, der Welt des Verzichts und der angeblichen Heiligkeit. Dieses Gefühl der Befreiung von einer völlig illusorischen Unterscheidung brachte solch eine Erleichterung, solch eine Freude mit sich, dass ich beinahe laut aufgelacht hätte. Untertitelung des ZDF,